Probleme, Probleme, Probleme sollen uns heute beschäftigen, und zwar die Probleme kontextfreier Sprachen. Und natürlich geht es damit dabei nicht um unsere eigenen Probleme, zum Beispiel in der Vorbereitung auf die Prüfung, sondern es geht um Entscheidungsprobleme, das heißt um algorithmische Fragen, die man zu diesem Thema stellen kann. Mein Name ist Markus Krutsch, willkommen zurück zur Vorlesung zu den formalen Sprachen und Automaten hier an der TU Dresden und überall sonst, wo auch immer Sie das Video hier gerade anschauen. Wir hatten über Entscheidungsprobleme bei formalen Sprachen in vorigen Videos ja schon ein bisschen geredet. Hier eine kleine Folie mit einem Rückblick. Für reguläre Sprachen hatten wir eine Reihe von Problemen angeschaut. Das Leerheitsproblem zum Beispiel, bei dem wir fragen, ob eine beschriebene Sprache einfach die leere Menge ist. Beschriebene Sprache heißt hier beschrieben durch eine bestimmte Ausdrucksform, bei regulären Sprachen zum Beispiel durch einen endlichen Automaten oder durch eine Grammatik, die regulär ist. Es gab das Inklusionsproblem, bei dem wir zwei Sprachen als Eingaben annehmen oder besser gesagt zwei Beschreibungen von Sprachen und fragen, ob die eine beschriebene Sprache eine Teilmenge der anderen ist, also ob jedes Wort der einen Sprache auch in der anderen vorkommt. Es gab das Äquivalenzproblem, ob zwei gegebene Sprachbeschreibungen die gleiche Sprache beschreiben. Das Endlichkeitsproblem ist die beschriebene Sprache endlich. Das Universalitätsproblem ist die Sprache einfach die Menge aller möglichen Wörter. Das ist sozusagen das Duale zum Leerheitsproblem. Das Komplement ist leer, wenn die Sprache selbst alle Wörter umfasst. Okay. Diese verschiedenen Probleme hatten wir dort getroffen und was sie alle eint, ist, dass es immer nur zwei mögliche Antworten gibt. Das sind Entscheidungsprobleme. Das heißt, die Antwort lautet Ja oder Nein, True oder False. Das ist eine einfache Entscheidung. Solche Probleme mögen wir besonders in der Informatik, denn sie lassen sich gut analysieren. Oftmals kann man aber auch Probleme, die noch mehr Antworten zulassen, auf Entscheidungsprobleme zurückführen. Zum Beispiel, indem man fragt, ist die Antwort auf das Problem X oder ist die Antwort auf das Problem Y. Auch dann hat man wieder eine Ja-Nein-Antwort. Deshalb kommen Entscheidungsprobleme relativ häufig vor, weil man sie eben gut und sauber handhaben kann und bestimmte andere Komplikationen ausblendet. Okay. Wie ich schon erwähnt hatte, kann das für verschiedene Beschreibungen jetzt passieren, die wir für die jeweilige Sprachklasse zur Verfügung haben. Und es gibt natürlich noch das Wort Problem. Aber das haben wir ja schon besprochen für kontextfreie Sprachen und auch für deterministisch kontextfreie Sprachen, bei denen wir ja mit den deterministischen Kellerautomaten, wenn wir sie einfach abarbeiten, letztlich auch einen Algorithmus haben, um das Wort Problem zu entscheiden. Okay. Gut. Für die anderen Probleme hatte ich noch nicht viel gesagt. Das heißt, dazu sollte ich mal ein paar Bemerkungen machen. Es stellt sich heraus, dass das Leben bei kontextfreien Sprachen oftmals etwas komplizierter ist, als wir das bei regulären Sprachen gesehen haben. So ist es. Haben Sie ja auch schon vorher gesehen, die kontextfreien Sprachen haben einige Komplikationen, einige Feinheiten, einige Abstufungen, die es bei regulären Sprachen nicht gab. Aber Dinge fallen nicht mehr alle zusammen, sind nicht mehr alle leicht. Und so zeigt es sich auch, dass eine Reihe von Problemen unentscheidbar sind. Das beweise ich Ihnen nicht. Ich habe ja noch nicht mal richtig erklärt, was unentscheidbar bedeutet. Das kommt noch. Für jetzt kann ich sagen, unentscheidbar heißt einfach, es gibt keinen Algorithmus, der diese Probleme löst. Es ist unmöglich, ein Computerprogramm zu schreiben, der die Frage in jedem Fall richtig beantwortet. Und das geht, ja. Und dazu werden wir noch mehr zu sagen haben in zukünftigen Vorlesungen. Und diese Eigenschaft, dass also das Problem unentscheidbar ist, haben Inklusion, Äquivalenz und Universalität kontextfreier Grammatik. Diese drei Fragen kann man nicht lösen, wenn Sie so wollen. Zumindest nicht in allen Fällen. Einiges kann aber doch gelöst werden. Leerheit und Endlichkeit von kontextfreien Grammatiken sind entscheidbar. Das werden wir auch gleich noch mal ein bisschen im Detail sehen. Die Ergebnisse bleiben erhalten, wenn man statt kontextfreien Grammatiken Kellerautomaten als Eingabe verwendet. Das sollte auch nicht allzu sehr verwundern, denn wir wissen ja, dass wir diese Darstellungen ineinander überführen können. Und das heißt, wenn es nur davon abhänge, dann würde das Problem immer lösbar sein, wenn es nur für eine dieser Formen lösbar ist. Was Sie hier schon sehen, ist, Universalität ist unentscheidbar, Leerheit ist entscheidbar. Hatte ich nicht gerade gesagt, dass das Problem im Prinzip die Kehrseite des anderen ist, also dass das eine dual ist dem anderen. Natürlich stimmt das, aber wenn Sie sich erinnern, kontextfreie Grammatiken sind nicht unter Komplement abgeschlossen. Das heißt, ich kann nicht einfach die Universalität dadurch entscheiden, dass ich das Komplement bilde und dann die Leerheit entscheide, denn dann habe ich unter Umständen gar keine kontextfreie Grammatik mehr vor mir und diese Entscheidbarkeit nützt mir nichts. Okay. Wieso ist die Leerheit entscheidbar? Das ist relativ leicht zu sehen. Ich skizziere Ihnen mal einen Algorithmus, der das macht. Sie gehen einfach bei der Grammatik vom Ende her vor, das heißt von den Variablen her vor, die man löschen kann, die man ersetzen kann, durch ein Wort, das nur noch Terminalzeichen enthält. Und das dürfte auch das leere Wort sein zum Beispiel. Dafür markiert man einfach alle Variablen, welche direkt mit einer einzigen Ableitungsregel in ein Wort umgeschrieben werden können. Das nur Terminalzeichen enthält und keine Variablen mehr enthält. Solche Variablen sollte es geben. Wenn es solche Variablen nicht gibt, dann ist schon mal klar, dass ich kein Wort erzeugen kann mit dieser Grammatik. Irgendwann muss es mir ja gelingen, die letzten Variablen zu ersetzen. Wenn das nicht möglich ist, komme ich nirgends hin. Und dann, wenn ich das einmal gemacht habe, diese Variablen markiert, kann ich also rekursiv oder vielleicht sollte ich sagen iterativ damit fortfahren. Um andere Variablen zu markieren, die in ein Wort umgeschrieben werden können, das nur Terminalzeichen und Variablen enthält, die schon markiert wurden. Also dann nehme ich die markierten Variablen hinzu und schaue, was kann ich jetzt in diese Dinge umwandeln. Und auch das sind dann Variablen, die man letztlich mit mehreren Schritten zu einem Wort umschreiben kann. Und das führe ich jetzt iterativ so lange durch, bis nichts Neues mehr markiert wird. Und die Sprache ist genau dann nicht leer, wenn ich damit das Startsymbol markiere. Das bedeutet, dass es vom Startsymbol aus mindestens eine Möglichkeit gibt, ein Wort abzuleiten, was nur noch Terminalzeichen enthält. Okay, so können Sie die Leerheit entscheiden. Ziemlich einfach, ziemlich effizient auch. Sehen Sie, der Algorithmus wird nicht sehr lange laufen. In jedem Schritt markieren Sie was Neues und es gibt nicht so viel, was man insgesamt markieren kann. Das terminiert also relativ schnell. Okay, Endlichkeit, hatte ich behauptet, ist ebenfalls entscheidbar. Wie kann man Endlichkeit entscheiden? Das ist ein bisschen kniffliger. Da ist die Idee eine andere. Und das ist vielleicht auch klar, dass es kniffliger ist, wenn man sich überlegt, wie könnte das gehen? Ob entscheiden, ob eine Grammatik unendlich viele Wörter akzeptiert oder eben nur endlich viele. Woran sieht man das überhaupt? Wie viele Wörter es gibt? Mit der Leerheit haben wir so eine Art Test, der uns zeigt, ob es zumindest ein Wort gibt, was generiert werden kann. Aber natürlich kann ich auf die Art nicht erkennen, ob es unendlich viele Wörter oder beziehungsweise ob es endlich viele Wörter in dem Fall nur geben kann. Und die Idee, die wir jetzt hier anwenden, um diese Frage zu lösen, ist auch eine ganz andere. Wir gehen nämlich zurück zum Pumping-Glamour für kontextfreie Sprache. Sie erinnern sich, beim Pumping-Glamour hatte ich eine Aussage darüber, dass man bestimmte Wörter aufpumpen kann. Sie erinnern sich an diese Bäume, die ich ineinander verschachtelt habe und bei denen es möglich war, bestimmte Teile in der Mitte zu wiederholen. Beliebig oft zu wiederholen, null oder mehrmal. Sofern man die zwei Teile, die in der Mitte stehen, in gleichem Maße kopiert. Also man kann den vorderen Teil zweimal wiederholen, wenn man den hinteren auch zweimal wiederholt. Das war das ganz vage, die Idee beim Pumpen. Und das Lemma selbst war so aufgebaut, dass wir sagten, für jedes Wort, was eine bestimmte Länge überschreitet, muss es eine Zerlegung geben, mit der wir pumpen können. Und diese Länge war diese Zahl n. Wir haben auch abgeschätzt, wie groß das n in der Regel sein könnte. Also 2 hoch die Anzahl der Variablen der Grammatik in Chomsky-Normalform, muss man sie zuerst umwandeln, um das so abschätzen zu können. Das könnte also eine gültige Zahl sein. Wenn eine Zahl n gültig ist, ist natürlich auch jede größere Zahl n gültig. Man kann die beliebig nach oben verschieben. Aber es gibt, wir sind oft an einer möglichst kleinen Zahl interessiert, die nicht unbedingt diese hier sein muss. Aber das wäre ein Kandidat, den man nehmen kann. Okay. Ich schreibe das hier vor allem deshalb, damit Sie sehen, dass man diese Zahl n ermitteln kann. Oder dass man zumindest einen validen Kandidaten für dieses n ermitteln kann. Das ist also auch was, was man berechnen kann und was also in einem Algorithmus durch Umwandlung in Chomsky-Normalform und Berechnung dieser Größe berechnet werden kann. Okay. Das ist also die Zahl n, mit der wir arbeiten. Und das ist ein Wort mit die Länge der Wörter, die man pumpen kann. Was ich jetzt behaupte ist, wenn es ein Wort z, nenne ich das hier, gibt in der Sprache, die die Grammatik generiert, und die Eigenschaft gilt, dass die Länge dieses Wortes irgendwo zwischen n und 2n liegt. Dann ist die Grammatik oder die Sprache unendlich. Warum ist sie unendlich? Naja, weil man das Pumping-Lemma auf z anwenden kann. Da das Wort selbst größer ist als n oder mindestens so lang ist wie n, weiß ich, ich kann es aufpumpen. Und wenn ich ein Wort aufpumpen kann, kann ich allein dadurch schon unendlich viele Wörter erzeugen. Das heißt, auf die Art sehe ich, die Sprache ist unendlich, wenn es so ein Wort gibt. Okay. Das heißt, wenn es so ein Wort gibt, ist sie unendlich. Könnten wir jetzt einen Algorithmus schreiben, der so ein Wort sucht. Und wenn wir eins finden, dann ist die Sprache unendlich. Wenn wir keins finden, ist die Frage, können wir dann auch sicher sein, dass die Sprache nicht unendlich ist. Und das gilt tatsächlich, wenn nämlich die Sprache unendlich ist, dann muss es immer ein Wort geben, was eine Länge hat, die zwischen n und 2n liegt. Und das ist der überraschendere Teil. Das erste ist offensichtlich, wenn Sie so ein Wort haben, können Sie es aufpumpen. Das zweite ist vielleicht nicht offensichtlich. Also, dass bei unendlich großen Sprachen es Wörter geben muss, die größer sind als n, ist klar. Es muss ja unendlich viele Wörter geben. Das heißt, es gibt beliebig große Wörter. Wenn Sie Wörter nur bis zu einer bestimmten Größe hätten, dann hätten Sie nur endlich viele insgesamt zur Verfügung und die Sprache wäre endlich. Also das heißt, es gibt lange Wörter. Aber das Interessante hier ist, dass es lange Wörter gibt, die nicht zu lang sind. Also zwischen n und 2n liegen für das n, was man wählen kann. Und das könnten ja auch verschiedene sein. Also Sie haben ja eigentlich die Wahl. Und egal, wie Sie n wählen, es wird immer eins zwischen n und 2n geben, ein Wort. Okay, das ist vielleicht erst mal überraschend. Man kann das aber auch sehen mit einigen kleinen Schritten aus dem Pumping-Lämmer. Wie kriege ich das hier? Kleiner Beweis, im Beweis. Zunächst einmal habe ich gerade schon argumentiert. Es muss Wörter mit mehr als n Zeichen geben. Wenn nicht, dann ist die Sprache endlich. Dann ist also diese Prämisse hier nicht erfüllt, was wir ausschließen. Wir nehmen ja an, für diesen Fall, die Sprache ist unendlich. Wir wollen zeigen, dass es dann ein passendes Wort gibt. Also zumindest muss es irgendein Wort mit mehr als n Zeichen geben. Wenn dem so ist, dann kann ich mir ein Wort Z, nenne ich das jetzt mal, heraussuchen, welches eines der kürzesten Wörter ist, die das erfüllen. Ja, also es gibt Wörter, die mindestens n Zeichen haben. Und ich sollte vielleicht nicht sagen mehr als n, sondern n oder mehr. Also nicht strikt mehr als n ist hier bedeutsam. Und okay, es gibt also einige, vielleicht mehrere unterschiedliche Wörter, die die kürzesten aller Wörter sind, die länger sind als n. Und nach dem, was wir wissen, könnten die jetzt auch viel länger sein als n. Aber wir wissen, es gibt kein kürzeres Wort, was nicht kürzer ist als n. Also alle Wörter, die noch kürzer sind, sind dann gleich kürzer als n. Das ist also eines der kürzesten Wörter, die jenseits der Länge n zu finden sind. Okay, so ein Wort Z wählen wir mal beliebig. Laut Pumping Lemma weiß ich, dass man dieses Wort zerlegen kann. Sie erinnern sich, beim Pumping Lemma für Kontextfreisprache hatten wir diese Zerlegung in fünf Teile. Das hat sich ergeben aus diesen geschachtelten Bäumchen. Also der äußere Baum hatte einen vorne und einen hinten, der mittlere Baum einen vorne und einen hinten und dann war noch in der Mitte ein kleiner Baum, der nicht mehr geteilt wurde. Das sind diese fünf Stücke, die man hier findet. Und das Pumping Lemma garantiert uns, erstens, es gibt so eine Zerlegung. Zweitens, v und x zusammengenommen sind nicht allzu groß, kleiner als n. Das hatten wir argumentiert, indem wir möglichst den kleinsten, den niedrigsten der inneren Baum wählen für dieses Pumpen. Und wir wissen, dass man auf v und x pumpen kann. Also das heißt, dass man beliebig viele Kopien von v und x, solange es gleich viele sind, einfügen kann. Und beliebig viel schließt ja auch 0 ein. Das heißt also, wenn ich pumpe mit 0, dann kontrahiere ich eigentlich das Wort. Das heißt, ich würde v und x löschen, würde nur den kleinen, mittleren Baum verwenden, anstelle des kleinen, inneren Baum, innersten Baum, sollte ich sagen, anstelle des mittleren. Und erhalte dann das Wort u, b, y. Das heißt, wir haben hier ein Wort und dieses Wort ist offensichtlich kürzer als das z, was wir schon am Anfang hatten. Wenn das also ein Wort ist, das kürzer ist als z, dann muss gelten, dass es auch echt kürzer ist als n. Denn wir hatten ja z so gewählt, dass es eines der kürzesten Wörter überhaupt sind, die größer gleich n für ihre Länge haben. Das heißt, wenn ich jetzt noch ein kürzeres Wort finde, was in der Sprache liegt, dann muss das kleiner sein als n. Ansonsten hätte ich mich irgendwie verwählt hier bei meinem z. Okay, das heißt, dieses Wort ist noch kürzer, ist kürzer als n. Und jetzt kann ich mir aber wieder überlegen, wie habe ich das Wort erhalten? Naja, indem ich einen Teil aus z gelöscht habe, nämlich das v und das x. Aber ich weiß, das v und das x zusammen war auch nicht länger als n. Das heißt also, wenn das, was übrig bleibt, kürzer ist als n und das Wort selbst, was ich gelöscht habe, kürzer als n, dann bedeutet das, dass z insgesamt kürzer war als 2n. Und das ist das, was ich hier behauptet habe, dass also ein Wort existiert, was echt kürzer ist als 2n und größer gleich n in der Länge. Und es geht für jedes n, was Pumpen zulässt, finden Sie irgendwas dazwischen. Das heißt, mit anderen Worten, die Sprache ist in gewisser Weise relativ dicht. Da gibt es keine weit auseinandergezogenen Bereiche von Längen, von Wörtern, in denen gar nichts liegt. Also Sie finden regelmäßig Wörter in der Sprache, da gibt es keine allzu langen, leeren Abschnitte, wenn man so will, was die Länge der Wörter betrifft. Okay, damit habe ich jetzt also gezeigt, nochmal zur Erinnerung, zwei Dinge. Wenn es ein Wort in diesem Bereich gibt, dann ist die Sprache unendlich. Wenn die Sprache unendlich ist, dann gibt es ein Wort in diesem Bereich. Mit anderen Worten, die Eigenschaft, ein Wort in diesem Bereich zu haben, ist genau äquivalent zu der Eigenschaft, unendlich zu sein. Also, mich interessiert die Eigenschaft, unendlich zu sein, aber diese Eigenschaft, ob es ein Wort in dem Bereich gibt, die kann ich effektiv testen, die kann ich algorithmisch lösen. Ich gehe einfach brute force durch alle Wörter in diesem Bereich, das ist eine ganze Menge natürlich, wenn das n so groß ist wie hier oben, erst recht. Aber das macht man jetzt, ich will hier nur zeigen, dass es überhaupt geht, es muss ja nicht effizient gehen. Und ich könnte jetzt jedes Wort, was in diesem Bereich liegt, betrachten und für jedes Wort mit C, Y, K, wenn ich so will, entscheiden, ob es in der Sprache liegt oder nicht. Und wenn ich dabei eins finde, weiß ich, die Sprache ist unendlich. Wenn ich keins finde, weiß ich, die Sprache ist endlich. So habe ich das Problem gelöst. Okay, wie hier schon steht, man kann das effizienter lösen. Aber für einen Beweis, dass man es überhaupt lösen kann, ist das die einfachste Variante. Insofern ist das effizient, nur nicht zum Implementieren, aber zum Zeigen. Okay, gut, damit kann man Endlichkeit entscheiden. Und wir haben das zweite der entscheidbaren Probleme, die ich Ihnen für Kontextfreisprachen genannt habe, entschieden. Und alles andere, hatte ich schon gesagt, geht nicht und ich zeige Ihnen nicht, warum man das weiß, denn darüber müsste ich noch einiges mehr reden, um überhaupt die Werkzeuge zur Hand zu haben. Viele weitere Dinge, die man sich auch fragen kann bei kontextfreien Sprachen, die bei regulären Sprachen jetzt keine große Rolle oder gar keine Rolle spielen, die stellen sich auch alle als unentscheidbar heraus. Eine interessante Frage natürlich, Regularität. Wenn ich Ihnen eine kontextfreie Sprache gebe, wäre es möglich, die mit einer regulären Grammatik darzustellen. Also ist es vielleicht in Wahrheit eine reguläre Sprache, die die Grammatik kodiert? Stellt sich heraus, ist unentscheidbar. Kann man nicht systematisch ermitteln? Wenn es eine reguläre Sprache ist, schön, dann gibt es auch eine reguläre Grammatik. Vielleicht kann die auch jemand finden durch eingestrengtes Nachdenken. Aber es gibt keinen Algorithmus, der die systematisch ermitteln kann. Mehrdeutigkeit. Ist eine gegebende kontextfreie Grammatik mehrdeutig oder nicht? Das war ein Problem, was ich im letzten Video angesprochen habe. Wir wissen, wenn Sie eine eindeutige Grammatik gegeben haben, dann können Sie das entscheiden. Sie können erkennen an der Grammatik, ob Sie... Äh, pardon. Na, ich bin bei Determinisierbarkeit. Ich fange nochmal an und erzähle Ihnen das Richtige. Also bei Mehrdeutigkeit ist es so, wie ich es gerade gesagt habe. Mehrdeutigkeit ist unentscheidbar. Mehrdeutigkeit ist ebenfalls unentscheidbar. Worüber ich gerade ansetzen wollte, zu reden, ist Determinisierbarkeit. Determinisierbarkeit ist die Frage, ist eine durch eine bestimmte Grammatik gegebene Sprache deterministisch? Auch hier ist es so, wenn ich Ihnen einen deterministischen Kellerautomaten gebe für die Sprache, dann wissen Sie natürlich gleich, dass der deterministisch ist. Das sehen Sie ihm an. Aber wenn ich Ihnen irgendeinen anderen Kellerautomaten oder eine andere Grammatik für die Sprache gebe, dann können Sie das vielleicht nicht so leicht sehen. Ich hatte beim letzten Mal erwähnt, und das wollte ich gerade schon erzählen, fälschlicherweise für die Mehrdeutigkeit, ich hatte Ihnen beim letzten Mal über deterministische Sprachen erzählt, dass man auch so etwas wie eine deterministische Grammatik definieren kann und dass man effektiv entscheiden kann, ob eine gegebene Grammatik diese Eigenschaften hat, also ob sie deterministisch ist. Aber es ist natürlich auch möglich, eine nicht-deterministische Grammatik anzugeben, obwohl die Sprache eine deterministische Grammatik hätte. Und die Frage, die hier unentscheidbar ist, ist also die Frage für eine gegebene, beliebige Grammatik, die selbst noch nicht deterministisch ist, ist das, stellt die eine Sprache dar, die man deterministisch lösen könnte, also die eine deterministische Grammatik oder einen deterministischen Kellerautomaten zulässt, oder eben nicht. Und das stellt sich als unentscheidbar heraus, leider. Okay, Schnittproblem ist auch unentscheidbar. Zwei gegebene Sprachen haben die irgendein Wort gemeinsam. Ein typisches unentscheidbares Problem für kontextfreie Sprache. Okay, also Sie sehen, kontextfreie Sprachen, ein Quell unentscheidbarer Fragestellungen, und insofern zwar aus praktischer Sicht schade. Also es wäre schön, wenn wir Grammatiken, die Sie irgendwo angeben, wenn Sie einen Parsergenerator schreiben zum Beispiel, wenn der Generator einfach prüfen könnte, ist das vielleicht eine reguläre Grammatik oder ist ein Teil davon regulär und das dann effizient abarbeiten könnte durch einen regulären Ausdruck. So leicht ist die Welt leider nicht. Sie müssen sich selbst Mühe geben, die Grammatiken so zu schreiben, dass der Parsergenerator effizient arbeitet. Aber es gibt auch eine gute Seite für diese Resultate, nämlich, dass kontextfreie Grammatiken uns mit einigen der einfachsten, am einfachsten zu erklärenden, unentscheidbaren Probleme der Informatik liefern. Also das ist jetzt kein kompletter Zufall, dass das mit die ersten unentscheidbaren Probleme sind, die wir in dieser Videoreihe antreffen. Wenn man Sprachen definiert, hat man ja schon sehr wenig zu erklären. Wir haben diese einfachen Ersetzungsregeln für Grammatiken, das hat man in einem Video kurz erklärt. Und schon wenn man das verstanden hat, kann man im Prinzip erklären, zumindest hier das Schnittproblem, gibt es ein gemeinsames Wort durch zwei verschiedene Grammatiken beschrieben in Sprachen, was da gemeint ist. Also es ist ein ganz einfaches Problem, eine ganz einfache Fragestellung, wo man nicht viel einführen muss und die schon für sich genommen unlösbar ist. Und das ist ganz praktisch, wenn Sie manchmal, wie wir das manchmal machen, auch in der theoretischen Informatik, zeigen möchten, dass ein bestimmtes Problem unlösbar ist. Dann hilft es, wenn man andere unlösbare Probleme kennt, die so ähnlich sind oder die einfacher sind und die man indirekt vielleicht auch lösen könnte, wenn man das gegebene Problem lösen könnte. Und dann kann man zeigen, aha, das gegebene Problem ist nicht lösbar, sonst wären ja auch diese anderen Probleme alle lösbar, von denen wir schon wissen, dass man die nicht lösen kann. Und deshalb sind auch solche unentscheidbaren Probleme nützlich, sind gute Werkzeuge für uns, um Unentscheidbarkeiten zu zeigen. Okay, aber das ist nicht das Hauptthema dieser Videoreihe, das werden wir in späteren Videos zum Thema theoretische Informatik und Logik noch ein bisschen besser vertiefen. Okay, gut, also alles unentscheidbar. Wie sieht es jetzt aus bei deterministischen Sprachen? Ich hatte ja schon gesagt, die Tatsache, dass eine Sprache selbst deterministisch ist, nützt uns noch recht wenig, denn wir können nicht entscheiden, ob das so ist oder nicht. Wenn Sie mir aber die Sprache so definiert geben, dass ich das gleich sehen kann, also wenn Sie mir zum Beispiel einen deterministischen Kellerautomaten geben als Repräsentation, dann kann ich an dem sicher erkennen, dass das hier eine deterministische Sprache ist. Und ob ein gegebener Kellerautomat deterministisch ist, das kann man ihm ansehen. Das ist nicht schwierig. Und das heißt, wir könnten fragen, wie ist das jetzt? Wären die Probleme einfacher, wenn wir das als Eingabe haben? Naja, zumindest kann man sagen, sie werden nicht schwerer. Also Leerheit und Endlichkeit, das kann man auch für deterministische Kellerautomaten entscheiden, denn man kann es für jegliche kontextfreien Sprachen entscheiden. Und das kann ich ja immer in so eine Grammatik umwandeln. Also das Problem bleibt lösbar, wenn ich den Sonderfall betrachte, ist klar. Aber es gibt natürlich die Hoffnung, dass auch andere Probleme lösbar werden, wenn man sich so einschränkt. Zum Beispiel Universalität. Na, das müssten Sie schon sehen können nach dem, was ich bisher erzählt habe. Kurz nachdenken, vielleicht mal kurz das Video anhalten. Ja, genau. Universalität ist natürlich entscheidbar. Einfach deshalb, weil es der Leerheit des Komplements entspricht. Und weil deterministische, kontextfreie Sprachen kann man ja komplementieren. Und sie sind immer noch kontextfrei. Und das heißt, ich kann Universalität entscheiden, indem ich einfach das Komplement bilde und Leerheit teste. Okay. Regularität. Völlig unoffensichtlich, dass das geht, würde ich sagen. Ist ebenfalls entscheidbar. Ja, das ist ein klassisches Resultat aus den 60er Jahren von Sterns. Man kann Regularität von Kellerautomaten, von deterministischen Kellerautomaten entscheiden. Schöne Sache. Inklusion ist eine gegebene Sprache vollständig in einer anderen enthalten. Bleibt unentscheidbar. Auch das ein Resultat aus den 60er Jahren. Schon also Ewigkeiten bekannt. Prähistorie fast der Informatik. Schnitt. Schnitt. Das könnte man wieder sich überlegen. Deshalb steht hier noch nichts. Überlegen Sie mal kurz. Genau. Ist auch unentscheidbar, weil Inklusion unentscheidbar ist. Das ist also die Leerheit des Schnittes ist verwandt mit der Frage, ob eine bestimmte Menge in einer anderen enthalten ist. Das ist einfache Mengenlehre. Eine Menge A ist in einer Menge B enthalten. Genau dann, wenn Sie finden, dass der Schnitt des Komplements von A mit B leer ist. Also das heißt, dass nichts, was nicht in A liegt, sich in B befindet. Dann haben Sie Inklusion. Und wenn Sie das entscheiden können, könnten Sie auch Inklusion entscheiden. Okay. Äquivalenz. Ja, genau. Könnten Sie auch schon wissen. Äquivalenz, wissen wir, stellt sich als zwei Inklusionen dar. Also wenn Sie Inklusion entscheiden könnten, könnten Sie auch Äquivalenz entscheiden. Inklusion ist unentscheidbar. Also ist Äquivalenz entscheidbar. Ausrufezeichen. Ja, also wenn man Inklusion entscheiden könnte, könnte man damit Äquivalenz entscheiden. Aber nur weil man Inklusion nicht entscheiden kann, heißt das noch nicht, dass Äquivalenz auch nicht entschieden werden kann. Man kann es halt nur nicht über Inklusion machen. Das hat ein Stück gedauert. Also das waren ja alles Sachen aus den 60er Jahren. Das hier kommt aus den Nullerjahren. Ja, 2001 wurde das erst richtig veröffentlicht. Es gab schon eine erste Version 97. Aber im Prinzip, ja, 20 Jahre alte Ergebnisse. Erst, naja, erst zwei Dekaden trotzdem. Dass das entscheidbar ist, dieses besondere Problem. Das war ein bisschen überraschend zu der Zeit. Okay, Mehrdeutigkeit, Determinisierbarkeit bei deterministischen Automaten ist trivial, ja. Also da gibt es nur eine Antwort. Wenn das schon deterministisch war, dann ist es nicht mehrdeutig und dann ist es immer determinisierbar. Ja, da brauchen wir keine Frage stellen. Okay, hier nochmal die Übersicht, die Zusammenfassung für die beiden Fälle, die ich Ihnen hier gezeigt habe. Auch das Wortproblem ist hier nochmal drauf. C, Y, K gibt uns diesen kubischen Algorithmus. Bei deterministischen Kellerautomaten können wir in linearem Aufwand das Problem lösen, indem wir einfach mit dem Automaten durchgehen. Vorausgesetzt, wir implementieren die Dinge vernünftig. Und wir haben diese Situation bei den Entscheidbarkeiten und Unentscheidbarkeiten der Probleme. Also Sie sehen, die Landschaft dieser Dinge wird relativ interessant und man kann auch nicht so leicht absehen, was genau jeweils herauskommt. Da muss man schon ein bisschen forschen, um diese Dinge im Detail zu verstehen. Okay, das war es jetzt mit den Abschlusseigenschaften kontextfreier Sprachen. Das war es auch überhaupt im Wesentlichen mit kontextfreien Sprachen. Beim nächsten Mal möchte ich schon anfangen, darüber zu reden, wie wir denn Berechnungen anstellen könnten, wie Berechnungen aussehen könnten für Sprachen, die jenseits dieses Typs 2 sich befinden. Geht das überhaupt? Ja, es geht. Und die Frage ist dann, wie sehen die Automaten aus? Das gibt es beim nächsten Mal. Bis dahin. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.